Über gewisse Anwälte Eine gewisse Pflanze Eine gewisse Pflanze Oder gewisse Pflanzen, genau Das kommt mit gewisse Pflanze Eine gewisse Pflanze Eine gewisse Pflanze in dieser Gegend enthält eine hochgiftige Subsetanz Subsetanz, ja finde ich auch gut Eine gewisse Pflanze 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 Nein Hoffentlich wird sie bald verbrannt, hey Wirklich Schrecklich Der hatte nur diese beschissene Idee Achja, du Eine gewisse Pflanze In dieser Substanz enthält eine hochgiftige Gegend Können ja auch gleichsendliche Vokale doppeln Ich nehm Laumau Laulaufe Ich finde das Also Ich finde nur, wenn es am Anfang einer Silbe Zu mehreren Vokalen Mehreren Konsonanten kommt Zum Beispiel im Wort extrahieren Exterrahieren Exeterrahieren Na ne Ich würde nur Exterrahieren Weil, weil da mit Tra Oder Exeterrahieren Ne Ich mein, extrahieren ist Da macht man was, da führt man was aus Eine Ausführung, eine Exe Ah ne, Moment Du musst eine Exe extrahieren Aus einer SIP-Datei Gut, dass ich keine Angst vor Repilien hab Was? Achso Oh mein Im Laufe seiner Forschung Fand Helmut Evictor Einen Weg, dieses Gift zu extrahieren Was für nehmen die Uhren des Gerichts? Gibt es in Labyrinth ja wirklich eine solch gefährliche Pflanze? Das Gift hat einen sehr bitteren Beigeschmack Äh, Beigeschmack Geschemack Geschemack Man kann es also unnötig unbemerkt ein Gericht oder Geterenc beimischen Jetzt wird's nochmal richtig schwer gegen Ende Verbrennt sie endlich Sie war's Das Gift zerschettört den Körper Es ist sehr schettark Dieses Gift zu trinken bedeutet einen sehr schmerzvollen Tod Jetzt legst du nochmal richtig einen drauf Das fordert meine ganze Konzentration Der Gedanke, dass Herr DeVictor schwul gewesen hätte Wieso hab ich das nicht früher gewusst? Wieso hab ich das nicht früher gewusst, Mensch? Jetzt fragen sich das alle Warum wusste ich das denn nicht früher? Mein eigener Nachbar und ich hatte ja keine Ahnung Dann sagt der Richter Edgeworth? Sieh auf? Ah ne, das ist ja gar nicht Edgeworth Ja, Flamberg Ja, der ist auch Ach übrigens, ich spiel ja, hab ich schon erzählt Ich spiel momentan ein bisschen Dark Souls Und da gibt es eine Waffe, die heißt Flamberge Das gibt's aber häufiger Ah, gibt's die auch in anderen Tieren? So ist glaube ich auch die Standardwaffe von Cervantes bei Soul Cardinal Na wenigstens hast du jetzt nicht mit Final Fantasy angefangen Ja, da gibt's auch Ah Bestimmt, also jetzt konkret weiß ich nicht, aber mit Sicherheit Manche Leute, die meine Streams gesehen haben, wissen, warum ich da jetzt so empfindlich drauf reagiere Wieso? Ist mal ein Thema gewesen, das ich nicht haben wollte Weil ich mich damit überhaupt nicht auskenne Nee, das gibt's doch in ganz vielen Felsen Oh, qualvoll wäre auch ein schönes Wort für Gene Erlington Kevalvoll Keval 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 Der Keval Ein Aalvoller Tod Stell dir mal einen Aalvollen Tod an Wenn du so von Aalen übermannt wirst Ich muss nur an Ariel denken Ein Aalvoller Tod Hm Na gut Hatte der Viktor wirklich einen solch qualvollen Tod für sich ausgewählt? Hm Es scheint nicht, dass hätte er allzu viel leiden müssen Na, dann geht's doch Ah, das kann man in der Kamera mal wieder hinstellen Ähm Apropos Hat der nicht jemanden vor dem Selbstmord bewahrt und hat dann selbst Selbstmord begangen? Was soll denn das? Solch ein Hypokrat Was? Oder Hypokrit Oder wie hieß das denn? Scheinheiliger Du meinst du Bürokrat Hä? Du meinst Bürokrat Ja, weil er an einem Schreibtisch sitzt Nein, ich meine eigentlich, äh Hypokritik Ähm Das ist ähm Scheinheiliger Hm? Der, der, der rettet jemanden vor dem Selbstmord, aber begeht selbst Selbstmord Habe ich auch schon gemacht, wollte ich jetzt sagen Ne, aber ich finde ich jetzt nicht so ungewöhnlich Du hast auch schon Selbstmord begangen, und wie war's? Oh nein Ich hab's nicht zu empfehlen Ja, ne, ich meine Aber ich hab's dann gelernt für's nächste Mal Genau Ähm Ja genau, wie war das? Wie war das? Wie war das? Du hast meine Tochter entjungfert? Keine Sorge, kommt nie wieder vor Wobei, äh An dieser Stelle, für neue Zuschauer muss ich wieder meinen Lieblingswitz erzählen Ähm, ja Guten Tag, mein Name ist Umberto Ich bin gekommen und mit ihrer Frau zu schlafen Um was? Um Borto Oh man Das ist... Ja Warum ist es nicht mehr der mit dem Huhu? Oder... Der ist auch gut Oder der mit dem Ähm, mit der Eule, die im Baum Oder, ne, was sitzt im Baum und jubelt? Juhu 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 Ne, was? Oh, jetzt hab ich was Was sitzt im Baum und jubelt? Laborschiff Dr. Klink Ich wusste das In der Tat Und warum? und warum jubelt er wagen kämpfe und verspannungen ich dachte eigentlich weil es dazu beiträgt die wachstumsphasen der haarwurzeln zu verlängern in der tat weil es dazu beiträgt die wachstumsphasen der haarwurzeln zu verlängern in der tat hallo mein name ist laborschef dr clank und ich verkaufe wagenkrämpfe und verspannen ach ja für alle dies noch nicht gesehen haben schaut euch bitte den leiten den ace attorney anime den ich auf deutsch synchronisiert habe an ich habe da jetzt von folge 1 gemacht und das wäre schön wenn die leute die tatsächlich hier gucken aber das noch gar nicht mitbekommen haben sich da mal sich das mal angucken der ist echt gut geworden weil auch noch andere leute außer mir mit ich habe eh nie so viel zu tun gehabt ja vor allem da spricht drei bespricht dreimal ich mit naja gut aber sprechen auch andere leute mit und in den nächsten folgen kommen sogar noch mehr dazu ist das nicht geil das ist super geil das ist meine eigene stimme weißt du was die beste szene war die du je eingesprochen hast genau diese genial die ist schön gewesen ja ich hoffe ich hoffe larry kommt noch ab und zu mal vor müsste er ja eigentlich bei dem letzten fall von spiel 1 also dem letzten fall der story von spiel 1 der danach ist ja extra gewesen ich machte larry und ich mochte dich als larry ja ich mag mich auch als larry ich finde ich mag ich jetzt lieber als als phoenix ja ehrlich gesagt ich auch aber naja was soll man machen dafür haben wir eine richtig gute maya stimmt ja ausnahmsweise man nicht mich an die warte die kenne ich ja noch gar nicht mir die kennst du noch nicht also schon aber nicht als maya ich schneide sie mal am ende rein tu ihr nicht weh nein keine sorge also machen wir mal weiter bitte im spiel ich bin etwas unterdunkelt merke ich gerade du bist unterdunkelt ich habe noch was dunkelblaues heute an ach so du bist unterdunkelt das heißt du bist überbelichtet oder was nein ach so ja nee so gesehen bin ich unterbelichtet ja meine ich doch also würde ich auch eher sagen dass du das meintest so können wir jetzt bitte weiterlesen im text ich würde das ebenfalls gern wissen ich würde das ebenfalls ich kann ja mal wieder phoenix stimme ein bisschen probieren vielleicht kriege ich irgendwann rein aber also ich mache das jetzt während wir spielen dass ich versuche so eine phoenix und typische phoenix stimme das setzt voraus dass wir spielen ja also los also ich bin ja eh dran ich hab nichts gesagt ich wollte dir sagen dass mein meister tatsächlich getötet hat nachdem er mich als hexe beschädigte kennst du eigentlich schon dass das muss ich jetzt auch noch sagen hashtag putz oder hier putz in video game title da gibt es so eine sachen ja wie assassin's creed muss man eigentlich gar nicht großartig ändern ss ins creed nee aber so was so was wie battlefront oder so was oder battalion wars oder badonky kong oder wie wärs mit phoenix wright ass attorney das kommt von overwatch weil da gibt es diesen tracer und das ist so ein weiblicher charakter mit doch recht hübschen Prozent und da ist es ja in den leidungsanzug es ist die ollen im latexanzug ja irgendwie die die auf jeden fall da sieht man gut hintern ja dann meine ich die wahrscheinlich genau 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 das ist noch nicht gesehen das ist oder erster weniger ab was erster weniger als attorney finde ich eigentlich gut ich meine etwas muss man gar nicht verändern er kann so bleiben in mehrerlei hinsicht ja okay ach so weil auch er hat nicht nur er ist auch und er mag auch das kommt wieder die bösen kommentare und wie sie schon mal nur kommentar hallo böser kommentar tu mir nichts dann tue ich dir auch nichts komm ich eh nicht du kannst du mal löschen kommen enttagen ich glaube es nicht er würde sich nicht selbst richten denn dafür bin ich da weißt du was ich mal ein pokémon gemacht habe ich habe ein pokémon die selbst genannt oh nein es erreicht level 15 oh nein es entwickelt sich das finde ich super und dann machst du screenshots davon und dann möchte ich nicht wissen wie viele leute fragen hey wieso schreibt das spiel sowas komisches das hast du bei mir nie gemacht ich man könnte sich ja auch mal alter nennen dann kommen alle so rüber als ob sie so weiß ich nicht als ob sie alle so ein bisschen lässig wären willst du wollen wir vielleicht zusammen was machen alter hier kriegst du gleich ein pokémon alter alter hat man nur getan okay weiter hier ne ich habe mein simsalammer uri geller genannt habe ich mir aber mal abgeguckt soll ich mir irgendwo gelesen fand ich lustig also ich weiß beschuldigte waren der darauf und korrekt wir können eine solch wilde theorie nicht für bare münze nehmen aber wir nehmen schicks hätte er sich selbst gerichtet ich wage zu behaupten er hätte einen abschiedsbrief hinterlassen ich kann nicht sagen warum herrn de victor sich selbst getötet hat doch ich glaube es gibt einen dass es einen beweis gibt der belegen kann dass selbstmord zumindest eine möglichkeit ist es gibt es gibt also einen solchen beweis bevor wir das ganze ganz scheiß noch mal 25 minuten mehr für nix ja gut geklickt ist das in zwei sekunden wahrscheinlich wenn ihr im besitz dieses beweises seid solltet ihr unverzüglich den bericht bericht präsentieren präsentiert den beweis der darauf hindeutet dass er der victor tot selbstmord gewesen sein kann das ist doch der brief von herrn de victor er war ein schöpfer interessiert nicht wahr dies ist der letzte brief den herrn de victor geschrieben hat sollte sein tod selbstmord sein dann ist es gut möglich dass dieser brief sein abschiedsbrief ist das stimmt aber eine person hier weiß ob dieser brief wirklich ein abschiedsbrief war ihr meint die person die die blätter ausgetauscht hat manipuliert hat mit anderen worten Lks hat eine hat hat